so hier ist eine leichte dalle zu fühlen eine leichte stauchung ist aber nicht schlimm ist der obere kanal nur hier unten sieht man ganz deutlich die stauchung und ja und so fliege dann hier die anschlüsse rum so sieht der brenner von der seite aus die rollen klar die stauchung die ist außen nicht aber innen und das sind die haupt brennzone hier die holz verspreizung die darf ich nicht weg machen im moment wollen wir den von hier noch mal transportieren müssen sie ist halt hier dass die mauerung doch ganz gut gelitten hat beide seiten und durch die stauchung wird hier wieder auseinandergegangen ist die 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 Vielen Dank.